Durchsuche eine Schatztruhe unter einem Festtagsbaum und damit willkommen zu dieser Aufgabe zu Weihnachten. Vorab erstmal frohes Fest für alle. Ich hoffe ihr habt ein paar schöne Tage. Bevor wir uns jetzt also hier um das Geschenk in Fortnite kümmern, wissen wir ja, dass nachher auch noch echte Geschenke kommen. Ist zumindest in der Regel so 18 Uhr. Jetzt ist es ja 15 Uhr und die Aufgabe ist online, darum machen wir die auch gerade mal. Ich bin bei Sleepy Sound gelandet und laufe dann direkt hier zu diesem Weihnachtsbaum, der sich auf dieser Parkfläche befindet bei dem Neustartbus. Hier seht ihr das schon. Und das ist im Prinzip auch alles, was ihr machen müsst. Ihr müsst nur zu diesem Baum und unter dem Baum die Truhen öffnen. Manchmal gibt es Bäume, die haben nur eine, zwei oder dann sogar drei Truhen. Das ist relativ viel. Aber dann werdet ihr da was finden. Ich blende euch mal zum Schluss auch alle Bäume ein mit allen Truhen auf der Map, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute natürlich alle hinter diesen Truhen her sind. Und wenn du nur ein oder zwei hast, wird es knapp. Also wenn es für euch passt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, jetzt seht ihr gleich nochmal die Koordinaten der anderen Truhen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Winterfestaufgabe, morgen um 15 Uhr. Ciao, ciao.